Es ist gut gearbeitet worden. Jupp macht das sehr gut und die Mannschaft zieht großartig mit. Klar, jetzt sind wir zufrieden. Jetzt sind fünf Spiele gespielt unter Jupp. Allesamt positiv ausgegangen und ich glaube, wir können hoch zufrieden sein. Ich hoffe, dass es jetzt so weitergeht. Jetzt gibt es noch eine wichtige Woche, die wir haben mit dem Spiel morgen und am Samstag. Dann können die Spieler theoretisch zumindest mal auch zwei Wochen ausschnaufen. Ich glaube, wir waren beide nicht begeistert. Borussia Dortmund und Bayern München. Kommt alles ein bisschen früh dieses Jahr, aber kommt komprimiert. Also wir haben jetzt für, ich würde sagen, 16. Finale, 8. Finale geht es ganz schön zu schon. Nein, wünscht sich keiner so früh. Nein, das ist normal ein Finale, das hat man in den letzten Jahren oft. Das wäre auch wie immer ein schönes Finale gewesen, aber der Losgott oder Stefan Effenbeck wollte es anders.